Yo Leute, da das letzte Mal ziemlich cool angekommen ist, machen wir nochmal, erkennst du diese 10 YouTuber an ihren Startup-Packs. Ich hoffe einfach, dass Teil 2 ein bisschen schwieriger ist und deswegen, let's go! Erkennst du diese YouTuber an ihren Startup-Packs? Leute, ich nehme das im Übrigen nacheinander auf, also nicht wundern, warum ich das selbe T-Shirt an habe. So, Numero 1, let's go! Gemüse oder Herz, Hunde, äh, das ist die Ex-Freundin von Chang-Löw, wie heißt die? Ist sie das? Ne, 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 ne! Oh, Tadl, ups! Ich war gerade komplett anders, der Hund sah so ähnlich aus, oder? Okay, Leute, easy, gefällt schonmal an erster Stelle. Okay, Nummer 2, let's go! Gewichter, Humor, ah, okay, hat keinen Fürschein. Ah, ich glaube, das ist der liebe Innososkopin 85. Yo! Wahrscheinlich, oder? Ja, ist der Innososkopin 21, Leute, locker, easy, den haben wir mal. Aber irgendwie peinlich, dass ich Tadl nicht erraten hab. Nummer 3. Bushido, Yeezy, Shisha. Boah, kein Plan, Alter, Apple Red, keine Ahnung. Hä? Oh, lol, Justin! Ich kenne den nur von früher, also, der hat er mal Minecraft, glaube ich, gemacht. Okay, wusste ich nicht. Ist schon mal besser, diese Folge. Unregelgewissige Uploads, Twins, Mods. Hä, warte mal. Ja, die Lochis, hätte ich gesagt, weil dann Twins waren. Hä, aber dieses Mods ist doch... Hä, wieso war dann... AFK... Das, weil Mods hab ich gewusst, dass das von denen ist, aber das... Okay, Repp, Leute. Das war jetzt Fail. Schon wieder mal. Kronk. Nee, Sturmwaffel. Oh mein Gott. Aber... Okay, ja, aber das soll Smurf sein, kann man. Das muss einfach Smurf sein. Danke. Puh. Der gute alte Smurf, Alter. Schon cooler Dude. Come on, numero 6. Come on, come on. Salat, Longboard, ein Hundi. Hm. Ich glaube, das ist Unge. Ah, nee, nicht Unge, ungespielt. Ungespielt, sage ich. Come on. Das muss auch Unge sein, oder? Eeeeee, joo. Ja, Moin, Leute. Ja, Leute, das ist Unge, den kenne ich. Habe ich schon mal gesehen. Der hat sich jetzt die Dreads abschneiden lassen. Nummer 7. Let's go. Come on. Titten. Briochi. Und Sascha. Entweder es ist Sascha oder die Freundin. Kein Plan, wie die heißt. Paola, glaube ich. Ist Paola, oder? Ja. Easy, Leute. Easy. Das kommt, das gelten wir, oder? Das lassen wir das gelten. Come on. Bitte. 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 Nummer 8. Let's go. Ich bin hyped. Arsenal 1. Äh. What? Irgendein Chinese. Julia Bam. Was? Was hat das mit SK zu tun? Ich meine, ich schaue SK nicht. Deswegen weiß ich nicht, was er für Content gerade macht. Okay. Haben wir gefehlt, Leute. Haben wir einfach gefehlt. Wusste ich nicht. Einen Ring. Einen Hund. Warte mal. Biene. Biene. Dagi Bee. Okay, Leute. Ich glaube, es ist leicht, wenn man sich nur ein Bild raussucht und schaut, zu wem das passen würde. Weil den Freund, den neuen, den kenne ich ja nicht. Also ich gucke die ja nicht. Komm. Nummer 10. Den machen wir noch. Ja, das ist Ape Crime. Okay. Okay, what the fuck. Das war jetzt aber zu easy. Ich verstehe aber nicht, dass es exit. Ah, für den Song. Easy. Aber es muss Ape Crime sein. Keine Ahnung. Ape Crime. Die haben es bei mir echt verschießen. Das war keine coole Aktion von denen. Jo Leute, auf jeden Fall haben wir wieder ein paar raten. Ein paar leider nicht. Das Metall, ich weiß nicht, wie ich das vermasseln habe können. Aber ich glaube, sieben von zehn haben wir richtig. Und ja, war ziemlich fresh. Und ist echt schwieriger geworden. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Leute, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.